Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Arma 2. Ähm, ja, ich bin hier wieder der Combat Medic im Bravo ausgebaut. Äh, das Ganze wird wieder mit Ace und Akku gespielt. Ich hoffe, mein Teamspeak 3 stützt mir nicht immer wieder ab, weil das ist mir gerade... Ich glaube, ich habe jetzt bestimmt 5 Anläufe versucht, damit das endlich alles richtig klappt. Ja, und ich denke mal... Ich denke mal, gleich wird's hier losgehen. Und, äh... Ja, viel Spaß wünsche ich euch. Ich denke mal, gleich wird's hier losgehen. Und, äh... Ja. Ja. Wir sind mit einem Humvee am fliegen. Wie geil ist das denn bitte? Das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, es hilft in. Das war's für heute. Okay, so, das ist ja ganz lustig, aber da wahrscheinlich die Flugzeit zu lange beträgt, werde ich hier mal auch wieder einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns dann, im Einsatzgebiet. Bis dann. Nice. So, wir sind angekommen. Ja, ich habe Lichtpane. Wait a minute. Behind you, he fainted. I'm gonna get them. Can I help this guy? Yo, wait, I'm trying. Braus 4, das ist der Touchdown mit der Blackhawk. Ich bin nur nach links von euch, auf der Helle. Ist jemand okay? Ist jemand alive? Hat jemand die Damage? Der Mann ist einfach unkönchlich und nicht blieb mit ihm. Amy, wenn du ihn regroupst, dann bin ich nicht. Vielleicht ist es ein Headbug. Try to fix dein Headbug. Aber wenn du ihn regroupst, dann wäre es wunderbar. Was ich zu hoch? Ich konnte nicht wissen, wie hoch war es. War es zu hoch? Ja, war es zu hoch? War es zu hoch? Ja, war es zu hoch? Ja, war es zu hoch. Okay. Das ist okay. Okay, ich kann jetzt mal raus. Oh, ich sollte ein Parachute. Ich sollte ein Parachute nehmen. Ich kann jetzt nicht. Das ist der Blackhawk. Der Blackhawk ist der Freude. Let's just say that I probably won't make it back to base. Ich kann proben. Das ist der Blackhawk. Ihr Blackhawk, sowieso. Jetzt gehen sie auch. Endlich. Steht auf dem Schild. Karicha. Oder Karicha. Karicha. Ich weiß es nicht. Da hinten werden Flares abgeworfen. Ja. 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 Hashtag. Auf dem Schild. Ja. Ich habe auch mehr, die Lampen zu legen. Ja. Ja. Wir wollen uns. Strahler. Ja, das ist da. In die Saul. Die Flöten sind nicht in der Flöten. Ich komme aus dem Nord-East. Wahrscheinlich eine Arquellerei. Ich habe gerade gesehen, dass die Flöten in der Flöten zu öffnen. Ich habe eine Nachricht für die Flöten. Ich habe die Flöten aufgeschlossen. Oh shit! We need to go to medical. Let's go! Take the Humvee! Oh, dear. Watch out, there's an enemy tank just ahead of you, guys. Can you be more specific? Tank to the east of the chopper, of the Black Hawk. Approximately 200 meters to the east. Comrade! I have debris to see that fucking tank. Yeah, it's T-72. It's going to the south of the Black Hawk. Can he move away? Okay, right there. Alright, who's in the Humvee? Just hold for a minute. I think someone in the... Alright, guys, in the Humvee, be aware the tank is going to uphill. So, he's going to be able to... He's going to be able to see... He's going to be able to see... Hey, man, I want to get away from the Black Hawk. The Black Hawk has been engaged. Move away from the Black Hawk. I see that fucking tank. Pull back behind the hill. Behind the hill. Oh. We'll regroup on that way. Oh, shit. Nice shot, nice shot. Thank you very much. I'm hit, I'm hit. Nice work. Hey, guys. There's the tank relocation part of the hill. Who's the medic? Someone check to play this. Yeah, I'm the medic. You need something? No, please tell me. No, there's someone... Someone just reported someone behind is... ...got injured. Okay. What the hell was that? Oh, shit. The pilot's down. We've got a man down. We're the Humvee, touchdown. Alright, get out of the Humvee, get out of the Humvee, get out of the Humvee. BMP, BMP, very good. 290, 290. Alright, let's head to these rocks, get cover in these rocks. Alright, I'm last one, I'll take out the, uh, BMP. Alright, I'm last one, I'll take out the, uh, BMP. 500, 500. Don't engage. Don't engage. Don't engage. Ah, to the BMP. He's going downhill. He's going downhill. That's direct, west. It's moving south. Uh... I'm back in these rocks, then. Yeah, is on. I'm hitting. I'm hitting. Was ist das? Oh, du? Does anybody have AT or something? Javelin? Appetize the BMP is coming in close I'm kinda mean, could you check me out? Sure, wait a minute We are east of our position, before he comes That's a negative, hold up these rocks, hold up the rocks I have to use my first aid, okay? Right, who's running east? Who's running east? This is aid now, he's gonna scavenge AT from the downstream If I was running east, get back west on these rocks Affirmative, just gonna scavenge AT first I'll copy that Okay, you're good to go Thanks There's a fainted man, near the blackhawk Not right, right? I'm trying not to stay in coverage for the moment Where's Mazma? I'm playing, come in Blackhawk is down Okay, I'm wounded, I'm wounded Shaky Be careful Hmm? Amy, what's the east here on the AT? Someone need a medic? I'm afraid all the AT was inside the chopper Sorry, I had no AT I'll copy that too, any Bravo assets have AT I used mine and missed, the rest was in the Humvee There was like four more in there Bravo lead Bravo lead Bravo lead Sound it Sound it No Nothing there, then Let's see if we can find something Oh Let's see if we can find something Oh, someone's sound Hold Hold He just died Guys, I'm kind of injured, do we have a medic? Okay This hole's there We'll probably hold for a minute Attack you, attack you, please Alright, let's keep moving north-east Bravo, what's your current location? Current location is grid 085039 Just to the right, this is down the nookers of ammo and air supplies It's needed Bravo, repeat last, please 086039 Copy that, I can bring anti-tank if necessary Yeah, copy that, it'll be brilliant Roger, Oscar Mike Why is this guy's green? We've taken all the AT from these guys Yeah We've taken all the AT from these guys All the AT was swing loaders Either inside the chopper Or in the towahambe We've taken all the AT from these guys Let the throw happen We've taken all the AT from these guys Those unt ruined the summoning Doesn't it make 2-0? Purely Wir brauchen einen Medik. Wer braucht Morphine? Wer braucht Morphine? Wer braucht Morphine? Wer braucht Morphine? Robbo, lead. Copy Copy Okay, I'll receive both in 10 Oh Bravo, full moon, wildcat I have a... I saw an enemy bunker and a vehicle just next to it It is... Ahem I saw an enemy bunker Oh Oh Yeah That's cool There's a video Ja, der Bunker ist in der Edmund 20. Ja, der Bunker ist in der Bunker. 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 Ich höre ein BMP oder ein Tank in der N-W. Ja, der Bunker ist in der Bunker. 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 Statt, wie ist es in unserer Bunker? Es ist ein Static Kord und die A-A-Team. Ich kann nicht wirklich sehen sie von hier, aber sie sind da. Sie sind in einer kleinen Valle. Sie sind auf der Hölle, mit all den Drossen. Sie sind hinter uns. Sie sind wieder hier in einem zweiten U. Ist da ob wir, wenn wir hier in der Lok öffren, in dem am 있으면 wir uns. fertig sind zu bleiben. Ich habe einen Besuch von Schrauben. Wir sind in der Suche. Wir schauen uns auf den Lampen auf den Kommen. Wir müssen uns auf dem Kommen. Wir sind uns auf die Seite. Wir sind gerade in den Kommen. Wir sind auf den Kommen. Wir können jetzt auf die Seite gehen. Wir sind auf die Seite. Okay, wir sind auf den Kommen. So we're wide spread wide spread not to bunch of Keaton and Colin Right behind me I have fuel about to pass out just to advance the other Like I said going in a few minutes dangerous to come inside move Children Alzheimer andonder the other musets are Oh Over here The other guys Take a rest Line formation Just look down in this valley and see if you can get eyes on Just look down in this valley and see if you can get eyes on Oh 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 Push of the Zone Oh 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 ... 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 Oh I 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 Also grab one Yeah Someone go take the 84 I'm like 40 kilos I'm 55 Yeah, we're just gonna use that job and then run off I'm 44 kilos I'll be okay if you don't run around to me Yeah, we're not gonna do that I 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 Don't move Don't move Don't get up Did you say move? I'm giving you a bandage Man, man, man I 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 Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.